Hallo, heute geht es mal wieder um Brot. Und zwar zeige ich euch, wie ihr so ein mediterranes Fladenbrot mit Kreuzkümmel, Schwarzkümmel, Sesam obendrauf backen könnt. Ich habe es wieder mal ein bisschen abgewandelt. Ich habe es mit Dinkel gebacken und zwar ein Teil Vollkornmehl und ein Teil Dinkel 630. Ihr könnt es natürlich auch mit ganz normalen Weizenmähen backen, wenn ihr Lust habt. Viel Spaß! . Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.